Ja und somit herzlich willkommen zu diesem neuen Reactionville hier auf dem Kanal. Heute schauen wir uns den Assassin's Creed Mirage Story Trailer an, der ja auch bei der Ubisoft Forward veröffentlicht wurde. Ich habe den jetzt nicht ganz so mitverfolgt, von daher bin ich selber gespannt was da auf uns warten wird. Ich würde sagen wir legen gleich los. Let's go! So, ich bin gespannt was uns da erwartet. Auf jeden Fall sieht dieser Shot schon mal ziemlich gut aus. Kleidung erinnert sehr an das erste Assassin's Creed. Aber hat auch so ein bisschen Assassin's Creed Origins Vibes. Mit dieser Landschaft in der Wüste. Ubisoft Original. Was war das denn? Ja. 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 Na, noch peek! Ja. 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 Ja, ich bin vergangen. Ja. Lena. Ja. 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 grayeicypre skating. Ja. 12. Oktober, Pre-Order Now. Okay, das sieht ziemlich spannend aus. Ich kann jetzt nicht unbedingt zwar irgendwie alles in Verbindung setzen, aber es sieht gut aus. Dass der Storytroller ist, kann ich da nicht wirklich viel dazu sagen. Aber ich bin gespannt darauf. Auf jeden Fall mit den Hidden Ones geht es ja wieder ein bisschen mehr Richtung Assassinen, würde ich sagen. Von daher ist das natürlich auch ziemlich gut, würde ich sagen. Also die meisten finden es sicherlich gut, dass es eben wieder so ein bisschen zurück zu den ersten Teilen geht. Und mehr wieder in Richtung Assassinen geht, genau ja. Von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020